Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Folge Rainbow Six mit Kundran, Manus, Sachs und Freezy. Hallo Leute. Manus aka Slutko. Und nochmal Willkommen, OBS funktioniert wieder nicht, deswegen mit NVIDIA mit Freezy, Manus, Sachs und Kundran. A.K.A. Slutko. So, wenn man so einen Spruch gemacht hat. So. Auf geht's. Auf geht's, rein ins Häuslein. Oh Gott, von uns laden aber diesmal auch viele. Rein ins Café. Oh, Dalu lebt noch, was denn da los? OBS. Dalu in Sachs. Ja, natürlich, wir sind vorher fertig. Der letzte ist Freezy. Immer Freezy, der noch lädt. Ach nee, da, ich hab auch's gelesen. Der Fretzi, ey. Aber bei den Gegnern lädt er auch noch eher noch död. Bin mal gespannt, ob das mit NVIDIA hier klappt. Immer schön so ne Notlösung instant per Knopfdruck parat zu haben. Ja. So. Füße. Pitchen. Das ist ja eins runter. Runter. Ah, jetzt habe ich mich doch erwischt. Wann ist das hier runter? Ach hier. Rekrout hat 20% angeschossen. angeschossen. War das nicht eigentlich ein Frost, die mir da hingehen kann? Ja, ne. Das war hier die Kameratisse. Okay. Aber ich dachte, das ist ja eine Frost. Also Rekrute hat auf jeden Fall nur noch 80. Den hast du zweimal geschockt, oder wie? Ja, ja. Der Schockier rennt. Der Schocker der Woche. Na, das war der Schocker der Woche. Erkennst du das noch? Ich weiß gar nicht. Den Schocker der Woche, das war das Spiel mit diesen Autorennen hier. Der Schocker der Woche. Ja, ich sag das so oft. Also der Schocker der Woche. Nee, das hatten wir ganz speziell in einem Spiel. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr woher. Doch, das war Gens. Ach doch. Tabletop Racing. Ja. Ne. Doch. Was? Nein. Da gab es glaube ich auch den Schocker der Woche. Ne, aber es war auch ein Racing Game. Ja, es war ein Racing Spiel. Aber ich weiß nicht mehr welches. Sonic Alls haben wir alle zusammen gespielt. Also ja, haben wir zusammen gespielt. Welches Racing Game spiel ich denn sonst mit euch? Äh. GTA? Nein. Nein. Da kann man nicht schocken. Obliteracer. Bin ich zu oft genug schockiert in GTA? Ja stimmt, Obliteracer. Wo man einen rammen muss und dann geht der kaputt. Obliteracer. Oh lol. Ist irgendwo eine Kamera. Die werden hinter dem Scheiß, hinter der Gemüsetheke sitzen. Unter Trevi nix ey. Gemüse. Vorsicht, die Wand hier ist offen. Oh. Ja, rückwärts in eine Bärenfalle gerannt. Nice Moves. Oh, nice. Da hab ich gedacht, hau ich mal. Ohhhh. Da wollte er nicht. Du bist, du bist ein perfekter Lockvogel gewesen. Lol. Ich hab nur für einen gereicht. Äh. Lol. Frost. Frost. Die haben doch Frost. Ist eh mal geschockt. Versuch's, noch kommt ja keiner. Natürlich hat die Frost wie in der Falle. Frost ist eh mal geschockt. Ich bin wieder aufgestanden. Nein, du wirst aufgehoben du. Geh wieder raus Kunteran, sonst klebt ihr beide. Wow. Oh, eine los, draußen oben. Da war noch einer. Ich dachte, man muss achten. Ich hab einen erwischt. Ah, und Kunteran haben die auch. Ist ja grauenhaft. Ja, ich hatte dich ja auch aufgehoben. Ich finde der Gemüsetheke. Ja, rechts. Füße noch, Gemüse. Links, links, links. Schau da. Ja, genau. Da hat die Tür. Da war Frost. Hey, Frost hat er schon. Frost hat er schon. Keiner drin. Rechts kommt einer. Rechts von dir, ja. Ne, links. Ne, rechts kommt einer. Und der ist näher dran. Und jetzt links. Schade. Krasse gezittert. Da bist du nervös geworden auf dem letzten Meter. Aber Renni, es war eine... wie immer eine durchschnittliche Leistung. Von daher ganz gut. Und... Kann der größte Pop in Rainbow Six mal kurz die Kirche helfen? Uh. 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 Na gut, wenn ich mal so ausgeschlafen wäre, dann würde ich vielleicht auch besser spielen. So, ähm. Was nehme ich denn? Als Dall. Krasse Dall. Ruhe im Karton. Habe ich schon mal auf dem Tisch, ey. So. Was haben die Gegner eigentlich für komische PCs? So. So, Michael. So. Gib mal eine. Der letzte Herr. Haben wir Mute? Nein. Ne. Ah egal. Mach jedes Fenster aus dem Zug. Also ernst gemeint, ich sage. Fenster. Schock Drohne bei mir. Hab ich. So. Moment. Was? Das ist die Schock Drohne. Ach scheiß drauf. Ich hab drei. Ich hab noch keinen. Ja. Vorsicht. Da ist noch eine drin. Ja. Castle. Mach die Wand bitte gleich nochmal neu. Ich will die Kamera rauswerfen. Hier in der Küche. Ich hab nur noch drei. Scheiße. Bei den wie denn jetzt? Ne, ne, ne. Kommen wir nicht mehr hin. Ich hab nur noch drei. Ja. Komm von da hinten. Oh das ist aber riskant. Manos. Ja. Das war auch gerade nicht so gut. War eigentlich die eine Drohne die hier eben noch durchgefahren ist? Durch unsere. Die hab ich. Die hab ich. Okay gut. Da ist ein Problem. Da ist die Wand offen. Geh vielleicht mal so. Oh da. Hallo. Kühlraum oder? Kühlraum ist noch eine Wand. Sozusagen nicht. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier wird aufgeballert im Kühlraum. Äh. Dalu über dir ist offen, ne? Holla die Weidfehl. Was denn passiert? Und warum hat da niemand was gemacht? Die sind schon drin. Die sind schon. Der ist direkt vorgewasht. Oh lol. Solange ihr rechts noch die Tür habt, ist eigentlich... Da kommt ne Drohne wechseln. Hast du die? Da ist noch einer. Direkt noch einer für sie. Könnt ihr die Schneids hinten reinwerden? Da ist eine Küche drin. Äh. Hier in diesem Vorraum da drin. Den müsst ihr haben. Bring nehmens auf. Warte. Wie hab ich Freezy jetzt nicht gedruckt? Oh scheiße. Ich hab keine Spritze mehr. Ja. Zwei Mann. Höchst Salud. Zwei Mann. Hätte ich mir einen Spritze aufgehoben. Oh Gott. Bleck wird. Jaja. Warum wurde ich überhaupt mit der Spritze angeschossen? Aber doch. Low HP hat das. Die heilt ja mittlerweile. Die heilt die dauerhaft? Oder so wird's halt nur? Ne. Bis 100 bleibt's halt. Genau. Du kannst aber auch über 100 schießen. Du bist maximal 120. Und dann verliert halt überall zwei Sekunden die NHW. Ja. Den Fuse jetzt aber auch mal. Verdammte Kacke. Mach ruhig. Ich bin so krank. Du Arme. Ich sparen mal den Moor gerade. Wer? Du? Behindert? Ja obwohl die Frage kann ich mir sparen. Aber jetzt ohne Mist. Was soll denn das? Das letzte Mal wo du krank warst, hast du direkt ein kranker Eis. Danke. Ja haben wir mal Kinder ne? Das war ja Dings hier. Ne das war doch dein Infekt der... Na Influenza-Avirus. Der hab ich von meiner Tochter. Was für ein Infekt? HIV-Positiv. Auf jeden Fall. Oben. Der Tribber. Das war der Tribber ja. Das müsste ich... Einfach bei diesem Abend. Zack. Bei ihnen hat nur ein bisschen die Nase gelaufen. Das sah gleich ein krank aus. Ne. Auf dem Vogel danach. Nein das ist Influenza-Avirus und den von meiner... Influenza? Influenza! Influenza! Was ist daran schon wieder lustig? Ja weil wir auch Influenza sind. Da halte ich mich überhaupt mit euch an. Ist aber wahr. Warum ich den Kanäne... Das ist anders Spiel. Hier. Und ein Kanäne rumstreifen. Oben wurde auch eine Kamera rausgeworfen. Wenn ich dann mal in das Fenster... Ganz oben ist auch auf. Ist die weiterhin offen das Fenster? Ne. Wir haben es wieder zugemacht leider. In das Border jetzt. Oh wo ist es entdeckt? Spotted Leute! Was ist denn die Kamera? Ist doch eh ein Black-Eye was spotted. Aber wo ist das? Ja das war ich da oben. Hinter dir Wendy? Auf dem Dach dürfte gerne einer die Luke aufmachen. Aufs Dach kommt die eh nicht. Ja aber die Luke kann gerne einer aufmachen. Welche Luke denn? Na schön. Mach da. Dem Kürig da ist irgendwie ein Star-Sonder. Licht. Soll ich da mal aufballern? Ich hab das Treppenhaus im Blick. Ja aber offen. Aber ich geh da nicht runter. Könnte vergessen. Komm. Ich geh runter. Oh was macht ein Randy da? Lol. Da bewegt sich auf jeden Fall noch einer im Raum drin. Du hast das Treppenhaus? Ja. Randy ist irgendwie schon... Kommt einer hoch. Hab ich. Ich bin da erstmal hier. Ja. Bei mich hat er schön... Bei mich hat er schön... Der ist ja noch leider... Wie kann ich dem runter gefallen? Du kannst hier noch... Ich mach einmal weiter das Treppenhaus. Wegen dem Schild. Ist ja gut. Direkt drinnen in das Keno. Halt schnell. Mit Schirm. Oh lol. Ja ich hab halt nur die Drohne. Aber passt. Du bist ja drinnen. Ja mit der Drohne vorne. Enemy tanked außen. Das heißt nur noch einer drin. Es ist nur einer drin. Der hat mich nicht. Der ist weit. Der muss ja erstmal wieder rein. Pass mal auf Frostfallen auf. Ja die ist links. Die Frost. Links. Ja. Haben wir und rein. Er war ja grad draußen. Das heißt der muss ja das Treppenhaus jetzt mal hochbrennen. Ja. Wo kommt der? Meint ihr? Hier kommt der. Da. Hier. Hier. Sonnen wird er rausgepackt. Ich hab's gesehen. Der war mit dem Fuß schon drüber. Boah. Der muss ja gar nichts. Du nicht. Nicht mit den Schuhen Freundin. Grasscode. Oh Mann. Wer hat denn das Tag der Deutschen Einheit Abzeichen da gemacht? Richtig. Keiner. Doch ich. Ich leider nicht. Wäre eigentlich mein Abzeichen ey. Warum hast du es nicht gemacht? Wollen wir Zeit für. Zacks jetzt haben können. Nein Spaß. Das ist mal ein Witz. Verstehe. Ne ne. Hahaha. Ach der Deutsche. Schon wieder vorbei. Ging das nicht ein paar Tage länger? Das Event. Ne. Nein. Du musst an einem Tag. Ne. Konnt doch nicht an einem Tag. Keine Ahnung. 25.000 Kills machen. Das Event. Ja der Feiertag ging nur ein Tag. Ich meine. Ja der Feiertag ging nur ein Tag. Ne. Gut verlängert. Gut verlängert. Gut verlängert. Was ist hier mit dem Fenster? Ja das mal. Ich brauche gleich eine Kamera hier raus. Euer Tag ging nur ein Tag. Hehehe. 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 Es bleiben 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. So gehts los? Wir lösen meine Leute. Meine Leute. Auf gehts. Fertig. Feiertag. Gehts los. Okay. Ich sag ja immer. Sollen sie nur kommen. Hehehe. 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 Eng wie Birds. Hehehe. Den hab ich echt danach verstanden. Toll. und spaß die schießt doch mal nicht hier rein sind drei stück auf dem dach er guckt jetzt das fenster jeder eine ich habe hier noch zwei eine kammer ist gleich weg kann man die grad sport ist gleich weg ist da noch einer kundran ist da noch einer ist am fenster ja in der sachsen netzplayer liegt hinter mir hinter mir nix hinter dir doch auch mit der das ist gefährlich ich muss hier vorbei alles gut haben helme auf und dafür ewig die ja auch alles klar performance beide mal es gab ja nicht mein grund zu schießen ist im haus und du hast raus geschossen beziehungsweise voll auf mich am fenster nach der twitter am fenster du bist genau dann rüber gelaufen du hast erst geschossen als ich da war das tut mir leid ist der drin oder wo ist er vorne da vorne direkt am fenster aber was auf das blick einer ist im treppenhaus und einer ist hier noch rechts in der der küche jetzt rechts am kamin kamin kommt da rein da haben sie kurzen tippe gemacht aus dem kamin kommt da rein es tut mir leid man wirklich klassiker wieder absichtlich wer wir müssen nach der aufnahme echt mal reden kollege haben wir nicht irgendjemand anders wir waren doch sonst immer fullteam ja keine ahnung die ender hat kein wasser mehr und early ist halt nicht da early ist halt early early hat seine uhr nach der jahre ja warum ist eigentlich der enddeutsch leer ach so early ist noch eine zeit early ist heute geil der ist 13 uhr boah da dreh sich noch mal rum ey fisch ich diesmal nicht nee oben sagt er so als wäre er schon lange bekannt ja weil ich aber ich weiß nicht wo der jetzt her kam gerade moment ach ganz oben lol aber einer strom hat schon wieder in der mitte rum ne also frost strom hat in der mitte rum ne warte mal ist ja gar nicht hier doch frost strom hat beim train irgendwo rum ja es ist doch train weiter 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 wo ist denn da ich steine rein oder einer aus schießt denn aber es sieht man sagt bei mir das ist naja doch zu ist es schon das ist kaputt wer war das denn wieso macht ihr das tech und manus war haste das ist jetzt blöd aha ok schlecht da oben was heißt oben etage noch drüber ne treppenhaus ne treppenhaus war treppenhaus da habe ich eine erwischt auf jeden fall ja nein die frost ist im gang wo du am ende warst wo äh hier frank der runde gezeigt wurde ok frost habe ich da drin ist ne ja irgendein facket oh gott fack ich bin entdeckt der ist nach links gerannt wo ist das scheiß auge da schon wieder der wieder nach rechts gerannt wenn die ist auch ruhe an auf der treppe noch einer rein liegen warte mal eben warum liegt da eine claimer am fenster falls einer rausspringt ja 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 weiß er noch was und dran was treibt du so irgendwo wird hier was ein ja bei mir ist auf jeden fall einer einer ist in dem nebenzimmer von dem sich manus eben zurück in die wohnung geschickt hat oh leute eine kamera sieht was ach man ich überleg ob ich hier rein gehe jetzt auf auch kommen der klassiker links glaube ich links diagonale wand oh lol das ist wirklich der guckt da durch so ein mini loch ne ist aber eigentlich geradeaus die wand immer noch also dann links jetzt komm dran links da achso ne moment ach du bist ja auf der anderen hast du nicht nur ne Schock ohne Sachse das ist bestimmt auch guck mal ob hinter der heute nicht auch ne Bärenfalle liegt da bin ich da bin ich das bin ich komm dran da ist gerade nicht aber bei dir war gerade einer komm dran du musst jetzt rechts durch den weihnachtsbaum rauben wenn du dann 30 Sekunden gut entdeckt geh durch den weihnachtsbaumraum einfach durch nicht im Raum einen habe ich nicht im Raum der letzte äh Frostkopf von hinten hinter dir ja nice one schön gemacht kann man mitnehmen das ist doch erfolgreich ey irgendwo hatte ich ja noch einen gehört ey also die hatte ich irgendwann ja ich wollte dir ansagen wo er ist aber das wolltest du er nicht ja ich war mir mit dem weihnachtsbaumraum irgendwie nicht sicher oh das war der Comeback-Sink ja geil Leute wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da schaut bei den anderen vorbei wie sonst von mir ist noch wieder macht es uns sehen und tschau tschau